Darf man auf der Arbeit die Gebete verkürzen? Nein. Das Verkürzen der Gebete ist nur auf Reise erlaubt. Nicht, wenn man sich an seinem Wohnort befindet. Was man aber machen kann, wenn man manchmal das braucht, und das darf man nicht regelmäßig machen, man kann Wohr und Hasr zusammenbeten, so dass man danach Platz nach hinten hat. Manchmal, aber nicht zur regelmäßigen Sache. Wallahu Ta'ala, ale, waa'lam!